Friedrich von Rabenau war ein deutscher Offizier, Theologe und Opfer des Nationalsozialismus. Leben Friedrich von Rabenau wurde als jüngstes von drei Kindern des Frauenarztes Dr. Mitt. Friedrich Ludwig Eberhard V. Rabenau und seiner Ehefrau Walli, Geb, Nöbel, geboren. Sein acht Jahre älterer Bruder Karl Wilhelm Friedrich von Rabenau war ein deutscher Marine-, Kolonial- und Armeeeoffizier und Landwirt. Der von 1904 bis 1905 in der Schlacht bei KUB an der Niederschlagung des Nama-Aufstandes in der damaligen deutschen Kolonie Deutsch-Südwestafrika teilnahm. Seine ältere Schwester war Elsa Mathilde Emma Hütheroth Geb, V. Rabenau. Nach dem frühen Tod seines Vaters 1885 wuchs er im Hause seines Großvaters und Stadtrats Ernst Nöbel in Eberswalde auf. Von Rabenau, der ursprünglich Pfarrer werden wollte. Begann seine Berufsoffizierlaufbahn 1903 als Fahnenjunker beim Feldartillerieregiment Hochmeister Nr. 72 in Danzig-Marienwerder. Da seine verwitwete Mutter für ein Studium nicht aufkommen konnte. Im Ersten Weltkrieg war er Truppen- und Generalstabsoffizier und kämpfte auch danach im Baltikum gegen die Rote Armee. Von 1922 bis 1927 war er Mitarbeiter des Truppenamtes im Reichswehrministerium und wurde 1924 zum Major, 1929 zum Oberstleutnant befördert. Von 1927 bis 1930 war er Kommandeur der 2. Abteilung des Feldartillerieregiments 1 in Königsberg, danach erster Generalstabsoffizier im Stab des Gruppenkommandos 2 in Kassel. Von 1932 bis 1936 besuchte er kriegsgeschichtliche Vorlesungen an den Universitäten in Breslau und Münster. 1932 wurde er zum Oberst und Kommandanten von Breslau befördert. Wo es ab 1933 zu immer heftigeren Konflikten zwischen ihm und dem Polizeipräsidenten und SA-Führer Edmund Heines kam. Rabenau bekam anonyme Morddrohungen gegen sich und seine Familie, die erst nach dem Rümputsch und der Entmachtung des SA aufhörten. Gleichzeitig hielt er Vorträge an der Universität Breslau, wofür er 1935 den philosophischen Ehrendoktor verliehen bekam. Von 1934 bis 1936 war er als Generalmajor-Chef der Wehrersatzinspektion im Wehrkreis VI in Münster. In dieser Zeit freundete Rabenau sich mit dem damaligen Bischof Clemens August Graf von Galen an. 1936 wurde er vom damaligen Chef des Generalstabes Generaloberst Ludwig Beck beauftragt. Ausgehend vom Reichsarchiv erstmals ein eigenständiges, zentrales deutsches Heeresarchiv in Potsdam aufzubauen. Als Chef der Heeresarchive unterstanden ihm daneben auch die Heeres- bzw. Kriegsarchive in Dresden, Stuttgart und München, später auch die in Wien, Prag und Danzig. Die wissenschaftliche Seriosität der gesammelten Quellen ging ihm über alles und er wollte ideologische Verfälschungen verhindern. Ein Vetter von ihm, Pfarrer Eitel Friedrich von Rabenau, aktives Mitglied der bekennenden Kirche, wandte sich in Briefen an ihn, worin er dazu aufforderte, im Kirchenkampf zur bekennenden Kirche zu stehen und den Kampf gegen den Nationalsozialismus aus dem Rheinkirchlichen ins Politische zu tragen. Friedrich von Rabenau's Hinwendung zur Theologie war die konsequente Folge seiner geistigen Beschäftigung mit der Frage nach dem ethischen Sinn des Soldatentums. Seine christliche Überzeugung ließ ihn zum frühen Gegner des Nationalsozialismus werden. Seine antinationalsozialistische Einstellung machte er in seinem gesamten literarischen Wirken deutlich, was den Machthabern im NS-Staat nicht verborgen blieb. Neuauflagen seiner Schriften wurden teils verboten und dennoch erscheinende Schriften unterlagen erkennbarer Zensur. Sein tiefes christliches Bekenntnis demonstrierte von Rabenau auch durch seine Mitgliedschaft im Johanniterorden. Obwohl es von Seiten des NS-Regimes ungern gesehen wurde, trug er wie viele seiner Ritterbrüder als Rechtsritter des Johanniterordens das Ordenssymbol in der Öffentlichkeit zur Uniform. So trat er als evangelischer Christ und General entschieden und erfolgreich beim damaligen Reichsführer SS Heinrich Himmler für den Erhalt der Abtei Maria Lach ein, worum ihn Kardinal Graf von Galen in Münster gebeten hatte. Dieser Einsatz machte ihn bei den Nationalsozialisten einmal mehr suspekt. Im Herbst 1937 unterzeichnete von Rabenau die Erklärung der 96 evangelischen Kirchenführer gegen Alfred Rosenberg wegen dessen Schrift protestantische Rom-Pilger. Rabenau schloss sich jedoch keiner Widerstandsgruppe an, wurde aber Verbindungsmann zwischen Generalobast Ludwig Beck und Karl Friedrich Gödeler, den er aus seiner Dienstzeit in Königsberg herkannte. In dieser Funktion wurde er Berater und Mitglied des Kreisauer Kreises um Helmut James Graf von Moltke und Peter Jörg von Wartenburg. Während des Polenfeldzuges war er Kommandeur der 73. Infanteriedivision, danach wieder Chef der Heeresarchive und seit 1940 General der Artillerie. Nach den Erfahrungen im Polenfeldzug kritisierte er Hitlers menschenverachtende Kriegsführung. Damit und mit dem Festhalten an der Religion machte sich Rabenau unbeliebt und wurde 1942 seines Amtes enthoben und in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Mit 59 Jahren studierte er Evangelische Theologie an der Universität in Berlin und erhielt 1943 den Titel Licentiatus Theologie. Er promovierte über die Militärseelsorge. In seinen Predigten trat seine wachsende Ablehnung der nationalsozialistischen Ideologie immer deutlicher zutage. Von Rabenau versuchte, höhere Wehrmachtführer für den Widerstand zu gewinnen und führte persönliche Gespräche mit Walter von Brauchitsch. Heinz Guderian und Friedrich Fromm, zur Zeit als Leiter des Heeresarchivs, konnten diese Tätigkeiten als Dienstreisen getarnt werden. Bei seiner politischen Einstellung jedoch wurde die Gestapo schnell auf ihn aufmerksam und überwachte ab 1941 sein Telefon und seinen Briefverkehr. Sein christlicher Glaube verbot es ihm, sich am Attentat auf Hitler zu beteiligen. Dennoch wurde er nach dem 20. Juli 1944 als Mitwisser verhaftet und kam am 11. August 1944 zusammen mit dem Widerstandskämpfer Heinrich Graf zu Donau und Ferdinand Freiherr von Lüning in das Militärgefängnis Berliner Bied. Von dort aus wurde von Rabenau am 13. Januar 1945 in das KZ Sachsenhausen und anschließend in das KZ nach Buchenwald gebracht, wo er den General der Infanterie Alexander von Falkenhausen, den ehemaligen Staatssekretär Hermann Pünder und den evangelischen Pfarrer Dietrich Bonhoeffer, mit dem er die Zelle teilte, traf. Am 14. oder 15. April 1945 wurde Friedrich von Rabenau als einer der letzten Insassen im KZ Flossenbürg auf ausdrücklichen Befehl Heinrich Himmlers ermordet, ohne dass jemals ein Verfahren gegen ihn eröffnet oder auch nur Anklage gegen ihn erhoben worden wäre. Sein Todesdatum geht ziemlich exakt aus einem Telegramm an die SS-Gruppenführer Richard Glücks und Heinrich Müller hervor. Das von SS-Sturmbandführer Kurt Stavisky am 15. April um 8.03 Uhr aufgegeben wurde. Von Rabenau war mit Eva Kautz verheiratet und hinterließ zwei Töchter. Auszeichnungen Rechtsritter des Johanniterordens Eisernes Kreuz II und I. Klasse Ritterkreuz des königlichen Hausordens von Hohen Sollern mit Schwertern Friedrich Kreuz Österreichisches Militärverdienst Kreuz III Klasse mit der Kriegsdekoration Publikationen A Artikel und Aufsätze Wehr und Kultur In Berliner Illustrierte Zeitung Sonderband Nummer 4685 V 26. November 1936 Die deutsche Wehrmacht Ulstein, Berlin 1936 Zur 90 Wiederkehr des Todestages des Generalfeldmarschalls von Beun In Militärwissenschaftliche Rundschau Dritte Jahrgang 1938 Heft 1 Verlag E. S. Mittler und M. Sohn Berlin 1938 Zum 125. Todesjahr Scharnhorsts In Monatsschrift der Deutschen Gesellschaft für Wehrpolitik und Wehrwissenschaften Mai 1938 Heft 4 Verlag E. S. Mittler und M. Sohn Berlin 1938 B. Bücher Die alte Armee und die junge Generation Mittler, Berlin 1925 Operative Entschlüsse gegen ein Anzahl überlegenen Gegner Mittler, Berlin 1935 Siegt V. Hase und M. Köhler, Leipzig 1938 Hans von Siegt Aus meinem Leben 1866 bis 1917 Hans von Siegt Aus seinem Leben 1918 bis 1936 Scharnhorst nach 1880 Nach 1918 Landesgeschichte Vereinig F. D. Mark Brandenburg, Berlin 1939 Buch und Schwert Rede anlässlich der Herbstveranstaltungen für das deutsche Schrifttum vom 18. Oktober 1940 Bibliografisches Institut Leipzig 1940 Von Geist und Seele des Soldaten R. Berlin 1940 Geistige und seelische Probleme im jetzigen Krieg R. Berlin 1940 Vom Sinn des Soldatentums D. M. Schauberg, Köln 1941 Ferner schrieb er Geleit und Vorworte zu Erinnerungen und Dokumente von Marschall Josef Pilsudski Ben 3 Militärische Vorlesungen Essener Verlagsanstalt Essen 1935 bis 36 Weltrüstung von Michael Freund Essener Verlagsanstalt Essen 1936 Liste der auszusondernden Literatur Deutsche Verwaltung für Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone Moltke Ein Vorbild von Generaloberst V. Zegt Zweite Aufl Köhler und M. Amelang Leipzig 1938 Publikationen Ernste Laiengedanken Berlin 1943 19 Laienpredigten Berlin 1943 Die Entwicklung der Grundzüge der deutschen Heeresseelsorge bis zum Jahre 1929 unter besonderer Berücksichtigung des 100.000-Mann-Heeres Berlin 1943 Erinnerungsstätten An Friedrich von Rabenau wird an folgenden öffentlichen Stätten erinnert Ehrentafel Opfer des Widerstandes vom 20. Juli 1944 in der Dauerausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand Berlin 1968 Gedenktafel in der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg Innenhof des Arrestbaus 1970 Gedenktafel in der Konturkirche des Johanniterordens Niederweisel 1984 Gedenkplatte in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald Eingang zum Arrestkeller der SS-Kaserne 1999 Gedenktafel in der St. Egedienkirche Rabenau 2004 Ferner wurde der Benutzersaal des Bundesarchivs Militärarchivs in Freiburg BRSG im Juli 2002 nach ihm benannt Gedenktafel in der KZ-Gedenktafel in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald